Dass sich zwischen den unzähligen imposanten Sehenswürdigkeiten der Salzburger Altstadt ein echtes Shoppingparadies befindet, ist ja kein Geheimnis. Trotzdem lauern dort viele Überraschungen, die einen Besuch absolut wert sind. Drei davon wollen wir Ihnen diesmal näher vorstellen. Die Salzburger Altstadt. Unzählige Geschichten gibt es über sie zu erzählen. Und das ist auch kein Wunder, ist sie doch die älteste Stadt im Gebiet des heutigen Österreich. Eine Geschichte gehört aber natürlich auch zu jedem einzelnen Betrieb in der Mozartstadt. Und bei manchen geht diese über 100 Jahre zurück. Eine von ihnen ist das Hummelhaus in der Kaigasse. Passenderweise eine der ältesten Gassen Salzburgs überhaupt. Hier findet man die weltberühmten MI-Hummelfiguren, die bezüglich künstlerischer Vollendung und Qualität als weltweit einzigartig gelten. Der Kunde erwartet natürlich eine große Auswahl. Wir haben die größte Auswahl in Österreich an Hummelfiguren, auch an alten Sammlerstücken. Das geht zurück bis 1935. Und jeder Sammler wird auch hier fündig. Entworfen aus den Bildnissen von Klosterschwester Maria Innocentia Hummel transportieren die Figuren Emotionen, wie es kaum für möglich gehalten werden kann. Das liegt auch an der besonderen Art und Weise, wie die Hummelfiguren bis heute gemacht werden. Die Hummelfiguren macht es deshalb aus. Der Unterschied, dass diese Formen nur circa sieben bis acht Mal verwendet werden. Dann wird die Form wieder vernichtet und es muss eine neue Form entstehen. Und bis heute wird noch jede Figur im Kloster abgesegnet, bevor sie in den Verkauf geht, um das Vermächtnis der Schwester so beizubehalten, wie es früher immer war. In der Salzburger Altstadt spielt Tradition nach wie vor eine sehr bedeutende Rolle. Bei Hanna Trachten in der Linzergasse und im neuen Geschäft in der Goldgasse wird dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nicht umsonst kreiert Hanna Trachten seit über 55 Jahren eine gelungene Symbiose aus Tradition und Zeitgeist. Wir machen das in unserem eigenen Atelier. Die Dirndln werden in Österreich gefertigt. Die in- und ausländischen Kunden kaufen bei uns wirklich österreichische Qualität. Für den Kunden stehen dabei alle Wünsche offen. Die Kundschaft hat die Möglichkeit, sich aus unserem reichhaltigen Stofflager selber die Stoffe auszusuchen und es wird dann von uns handwerklich gefertigt und das in kürzester Zeit und zu moderaten Preisen. Neben dem beliebten Hanna Dirndln findet man im Geschäft ein breites Sortiment an Trachtenbekleidung. Auch Herren und Kinder kommen hier nicht zu kurz. Salzburger Gwand für die ganze Familie heißt ja schließlich auch das Motto von Hanna Trachten und das seit Generationen. Meine Oma hat als Johanna kurz die Hanna Trachten gegründet vor 55 Jahren. Mein Vater hat es eindliche Jahre jetzt fortgeführt und wieder schön aufgebaut in der Linzer Gasse. Und ich komme jetzt als dritte Generation hinzu in der Goldgasse, um auch auf der linken Altstadtseite unsere Tradition fortzuführen und unsere Philosophie zu vervollständigen. Die Salzburger Altstadt bietet Tradition und jede Menge Sehenswürdigkeiten. So viel ist gewiss. Hinzu kommen noch unzählige Betriebe, die es sich zum Credo gemacht haben, ihre Kunden mit Qualität und Kompetenz zu überzeugen. Auch beim A&G Golddepot in der Dreifaltigkeitsgasse werden diese Werte gelebt und deswegen ist dieser Shop eine der gefragtesten Anlaufstellen Salzburgs bei Fragen rund um die Themen Gold, Silber und Co. Das Golddepot ist eine Anlaufstelle für alle Edelmetalle. Das heißt, wir verkaufen hier in unserem Shop Gold und Silber in Barren und in Münzenform. Aber wir nehmen auch natürlich gerne Altgold, Bruchgold von Ihnen, vom Kunden zurück. Gerade der sehr hohe Goldpreis ist momentan in aller Munde, wobei Experten für die Zukunft noch deutlich höhere Werte erwarten. Bei all den Diskussionen rund um das Thema Gold sollte man aber nicht außer Acht lassen, dass auch Silber eine sehr, sehr gute Alternative zur Veranlagung ist. Silber ist ein Industrieprodukt und wird auf dem Markt gefragt, wobei es kaum Lagerbestände gibt in diesem Bereich. Das heißt, dieses Produkt Silber als Veranlagungsprodukt sollte der Kunde in Betracht ziehen für die nächsten Jahre.